Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu diesem Swift-Installations-Tutorial. Swift ist auch ein Client für WattSim unter den anderen, es gibt ja V-Pilot und X-Pilot. Swift ist ein Client für mehrere Simulatoren und für mehrere Betriebssysteme. Ihr braucht also nur ein Client, zum Beispiel für X-Band 12 und FS 2020. In diesem Tutorial zeige ich, wie man das installiert und wie man die MTELs konfiguriert, ganz grob oder ganz einfach. Zuallererst würden wir aber noch ein paar Vorbereitungen vornehmen. Und zwar macht ihr am besten auf eurem X-Band 12 Ordner unter Custom Data, macht ihr schon mal einen Unterordner CSL. Und unter Downloads macht ihr vielleicht einfach einen Download-Ordner, wo wir dann die dementsprechenden Programmdateien herunterladen. Ich habe hier jetzt einen Downloads-Swift-Installer gemacht und dann Programm. Und da habe ich schon bereits den Swift-Installer, den Swift-Bus und den X-CSL-Updater installiert bzw. heruntergeladen, noch nicht installiert. Dann gehen wir ins Swift-Project, einfach swift-project.org und am besten geht ihr da auf Documentation. Dann habt ihr nämlich hier eine sehr detaillierte Dokumentations-Webseite, Download-Install, Download-Swift und hier oben geht ihr einfach auf Download-Release-Pages. Ihr habt die Möglichkeit, die Alpha- oder die Beta-Version herunterzuladen. Ihr könnt selbstverständlich auch die Alpha-Version herunterladen. Und die ist schon relativ stabil. Hier machen wir natürlich den Swift-Installer für Windows 64-Bit 0.13.12.exe. Das laden wir herunter und den Swift-Bus FAT AllOS 13.12.7Z. Das ist einfach das 7-Zip-Archive. Das braucht ihr nicht unbedingt, aber zur Sicherheit könnt ihr den Swift-Bus auch mal herunterladen. Zusätzlich navigiert ihr auf das csl.x-r.ru. Die Links sind auch in der Description drin. Da geht ihr auf die Webseite, Seite Download und ladet den Updater, den X-CSL-Updater V13.1 für Windows herunter. Steht zwar Altitude-Pile-Client, aber das ist mal egal. Den könnt ihr herunterladen. Auch den können wir mal einfach in unserem Download-Verzeichnis herunterladen. Und wenn wir das gemacht haben, können wir mit der Installation beginnen. Als erstes installieren wir den Swift-Client. Hier mit dem Swift-Installer. Einfach doppelklicken. Dann hier auf Next. Das Agreement akzeptieren. Und hier in den Optionen wählt ihr den Simulator oder die Simulatoren aus, die ihr installiert habt. Oder wo der Client einfach funktionieren muss. Wir haben X-Plane und FS2020. Der Rest könnt ihr drin lassen. Wichtig auch, dieses CSL-To-XSB-Skript, den unbedingt drin lassen. Und dann einfach auf Next. C-Programm-File, Swift, das ist völlig in Ordnung. Auf Next klicken und installieren. Die Installation ist in der Regel eine schnelle Sache. Und wenn die Installation durch ist, dann kommt das als erstes dieses Swift-Configuration-Wizard. Wir klicken hier das auf I Agree. Und was auch noch cool wäre, wenn ihr dieses Enable-Sending-Crash-Reports, damit die Entwickler auch was davon haben, auf Next klicken. Dann hier in den Cache zum Model und die KU-Data. Da könnt ihr einfach mal alles Standard lassen und auf Next gehen. Da ebenfalls das Modelset. Wir starten mit einer leeren Installation hier einfach auf Next. Hier ebenfalls auf der nächsten Seite auf Next. Und ab dieser Seite, wo wir den Simulator herauswählen, wählen wir unser Simulator. Das wäre jetzt mal FX-Plane 12 oder einfach X-Plane. Prepare haben wir nicht. Und danach können wir noch das FSX... Entschuldigung, das FSX brauchen wir auch nicht. Sondern auch wenn wir FS2020 da hier nicht auswählen können, brauchen wir das hier nicht anzuklicken. Wir haben ja auch die Option nicht. Aber hier einfach das X-Plane. Wichtig hier noch den Simulator-Directories auswählen. Und hier den entsprechenden Simulator. Zum Beispiel jetzt hier X-Plane auswählen. Hier hat er bei mir schon das X-Plane 11 gefunden. Wir wollen aber nicht das X-Plane 11. Sondern ich möchte das X-Plane 12 haben. Hier einfach das Verzeichnis von X-Plane 12 auswählen. Und Model Directories. Das hier noch wichtig. Dazufügen. Hier aufpassen. Wieder den richtigen Pfad nehmen. X-Plane 12. Custom Data. Und dieser CSL-Ordner, den wir vorhin angewählt haben. Oder erstellt haben. Den anwählen. Und Ordner auswählen. Und dann müsste das hier so ausschauen. X-Plane 12. Und die CSL-Directorie ist in meinem Beispiel hier unter Custom Data CSL. Dann hier unbedingt auf Save klicken. Und dann auf Next. Hier nochmals um drüber zu schauen. Wir können das hier einfach auf Next klicken. Dann wichtig hier das Swift Boss Plugin. Das muss installiert werden. Damit das Swift funktioniert. Hier auch aufpassen. Bei mir, weil ich schon X-Plane 11 habe. Und der Steam Library schlägt der Steam X-Plane 11 vor. Ich brauche es aber hier auf für X-Plane 12. Hier Change Directory auswählen. Und hier auch den richtigen Plugins Ordner vom X-Plane 12 wählen. Da wählen. Ressourcen ist das. Plugins. Und dann Ordner auswählen. Der Download Directory ist bei mir das Laufwerk F mit Downloads. Das können wir so belassen. Und hier die Version. Das ist wichtig. Wir haben die Swift Bus Version. Muss mit der Swift Installation. Mit der Swift GUI Version zusammenspielen. Und dann hier unbedingt auf Download klicken. Dann auf die Message achten. Saved File. Install in D-Games X-Plane 12 Ressources Plugins? Fragezeichen. Auf OK klicken. Delete der Download File. Auch hier OK. Weil dann brauchen wir dieses Swift Bus Fat All OS 7 ZIP Archive eigentlich gar nicht. So. Wenn ihr das gemacht habt. Hier einfach auf Next klicken. Hier kommen wir zu den Hotkeys. Hotkeys das sind eure Sprechfunktasten. Zum Beispiel. Wenn ihr eine definierte Tasten haben wollt. Auf eurem Joystick. Das könnt ihr jetzt machen. Hier einfach auf Add. Die Maschine kann leer bleiben. Beim Pressen dieses Knopfes. Und hier können wir einfach auf Select klicken. Und dann einen Button. Eures Wunschbutton klicken. Und hier noch die Aktion. Voice Active Push to Talk anwählen. OK. Habt ihr einen weiteren Button. Den ihr da definieren wollt. Hier einfach wieder auf Add. Select. Den zweiten Button definieren. Und ihr könnt ihr auch wieder das Activate Push to Talk anwählen. So ist die Sprachausgabe. Dann gewährleistet. Dann auf Finish klicken. Und das war's. Für die erste Konfiguration. Hier noch auf Finish klicken. Und dann könnt ihr mal den Swift GUI starten. Hier über diesen Button. Oder es hat auch bei den Windows Start Button. Natürlich Windows Shortcuts erstellt. Hier mal das Swift Core. Swift Data. Oder auch den Swift GUI. Dann könnt ihr natürlich so konfigurieren. Wie ihr das lustig findet. Ich habe es bei mir schon mal hier unter SYNTools erstellt. Ich kann es jetzt auch hier rüber starten. Swift GUI starten. Und hier kommt die erste Warnmeldung. Dass wir noch kein Model Matching gemacht haben. Also keine M-Tails geladen haben. Aber fürs Erste geht es so. Die Meldung wegklicken. Das Fenster ein bisschen grösser machen. Ihr könnt übrigens den Swift Launcher auch weglassen oder zumachen. Fühlt keine Rolle im Moment. So. Das ist unser Swift GUI. Auf der Unterseite haben wir viele Buttons. Das ist eigentlich die Richtung, wo wir dann gehen müssen. Wenn ihr zum Beispiel connecten wollt. Diese Buttons sind genau gleich. Es zeigt euch an, wo ihr seid unter Cockpit. Simulator ist es immer gelb markiert. Dasselbe habt ihr oben als Tabs. Und wenn ihr dann in einem Menüpunkt seid. Dann habt ihr im Hauptfenster auch Unterreiter oder Untermenüs. Jetzt hier im Connect Fall. Hier Watsim oder Other Servers. Oder wenn ihr im Cockpit seid. Habt ihr noch Devices and Volumes. Notification, Advanced, Distribution Audio. Und so weiter. Also Flight Plan. Und so weiter und so fort. Als erstes testen wir, ob das mit dem Simulator überhaupt funktioniert. Die lassen die GUI gestartet. Und starten jetzt mal X-Plane. Für den Anfang einfach den Simulator starten. Das Flugzeug auch auf Strom geben. Und hier haben wir die Zivo. Wir geben denen einfach ein bisschen kurz Strom, damit wir den Funk haben. So, dann haben wir hier nämlich unser Funk. Und wir holen uns die GUI auf zum Fortgrund. Und als erstes schauen wir mal auf der Oberfläche, ob hier unter Connect. Hier das Model bereits erkannt wurde, was wir jetzt gestartet haben. Das heisst, er hat den Simulator hier gestartet, der Zwift Client. Das heisst, es funktioniert auch sozusagen um die 50%. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich eure ID vom VATSIM, das Passwort, euer Namen und die Homebase. Nachdem ihr alles hier eingegeben habt, hier nochmals eure VATSIM-ID, das VATSIM-Passwort, euer Namen auf VATSIM. Hier noch wichtig, Vorname, Nachname oder Vorname, ID plus eure Homebase. Weil hier also kein Fake-Namen eingeben, das haben die nicht so gerne. Dann können wir das Ganze mal testen. Wir können hier auf Normal oder auf Observer klicken. Observer bedeutet, dass die Flugzeuge und die Lotsen uns visuell hier nicht sehen. Das können wir für das Testen gut gebrauchen, also Observer und hier auf Connect. Eine Nachricht und ein Ton sagt uns, dass wir connected sind. Wir können hier wieder wechseln. Achtung, wir sind hier in Settings und wechseln hier auf Connect. Und ihr seht hier, dass wir connected sind auf VATSIM bei dieser Adresse. Und wenn wir jetzt nach die Aussenansicht machen, dann sehen wir hier lauter kleine Namen. Das sind Flugzeuge und andere Spieler oder andere Simulanten. Wir sehen aber keine Flugzeuge, weil wir eben entsprechend keine NPLs haben. Wir wechseln aber noch kurz ins Cockpit, schauen uns die GUI nochmals an, bleiben connected und gehen hier mal auf Cockpit. Und hier wählt ihr mal als erstes euer Input-Device aus. Das wäre bei mir das HyperX Cloud Revolver-Mikrofon und Output ebenfalls meine Kopfhörer. Hier die Lautsprecher HyperX Cloud Revolver S. Dieser Input-Palken, das zeigt euch an, wie laut euer Mikrofon eingestellt ist. Mit diesem Schieber könnt ihr das ein bisschen auf Höher einstellen, damit man euch gut versteht. Und es sollte ungefähr auf den oberen Neuntel ausschlagen, nicht zu laut, weil sonst besteht man einfach dann, ja sonst ist es halt einfach zu laut, aber auch nicht zu leise. Wenn ihr das kurz antesten wollt, könnt ihr schauen hier, ob eure COM, die COM 1 auf UNICOM und COM 2 auf UNICOM ist. Und jetzt könnt ihr versuchen, auf euren zugewissen Button zu klicken und was Kurzes zu sagen. Ihr hört euch quasi doppelt und das bedeutet aber, dass das Funken funktioniert und die Lotsen euch hören würden. So, das war's fürs Erste. Das heisst, der Client funktioniert. Was jetzt natürlich nicht funktioniert, sind die MTLs. Die müssen wir jetzt noch vorbereiten, installieren und konfigurieren. Für die Bluebell Package geht ihr am besten auf das Forum vom xplan.org, geht auf Download this File und da habt ihr eine Vielzahl von ZIP-Files. Die ladet ihr alle herunter. In dieses vorgefertigte Verzeichnis, hier zum Beispiel CSL, Bluebell CSL und ihr einfach auf Speichern klicken. Das müsst ihr machen für jedes ZIP, damit ihr alle Modell-MTLs habt. So, wenn ihr diese 12 Ordner habt, einfach von Airbus 1 beginnen, öffnen mit, oder ihr könnt mit 7-ZIP öffnen. In diesem Ordner habt ihr einfach einen Bluebell Airbus. Im Airbus 2 gibt es ebenfalls einen Bluebell Airbus. Also, das bedeutet einfach, die erste ZIP entpacken und die zweite im gleichen Ort auch entpacken und überschreiben lassen. Das mache ich hier mit meinem 7-ZIP. Hier entpacken. Dann Airbus 2. Hier entpacken. Und jetzt kommt die Aufforderung, alles zu überschreiben oder nicht. Ja, für alle. Dann geht es weiter mit der Boeing. Und so weiter. Wenn ihr alles entpackt habt, könnt ihr die entpackten Ordner alle markieren oder alles sammeln. Sagen wir jetzt mal. Und dann zu eurem X-Plane Custom Data CSL Ordner rüberschieben. Oder noch besser, bevor wir das so machen, gehen wir einen Ordner hoch, löschen vorher alle ZIPs weg oder speichert die zur Sicherheit mal in einen anderen Ordner. Geht einen Ordner hoch und in eurem Download Ordner packt dieses ganze Bluebell CSL und kopiert das in eurem Custom Data CSL Ordner. Wir können jetzt bereits ein Modelset erstellen. Wir starten diesen Swift Data. Oder ihr könnt das auch über den Swift Launch machen. Aber hier dieser Swift Data, das ist unser Swift Mapping Tool. Und wir wechseln hier in den Reiter Stored Own Models for X-Plane. Und gehen hier auf Force Reload X-Plane. Und er hat jetzt statt die 77, die er jetzt bereits gefunden hat, hat er diese 2027 Modelle. Und die sind jetzt von Bluebell. Man sieht hier, diesen Distributor ist BB wie Bluebell. Jetzt müssen wir noch ein Modelset machen. Das heisst, wir gehen in den linken Reiter. Active Modelset. Wir haben hier noch nichts. Also ohne Modelset seht ihr auch keine Flieger. Sagt hier auf New Set oder klickt auf New Set. Hier wichtig den Simulator X-Plane auswählen. Das ist Mode Full. Ihr lasst einfach alles drin. Oder und sagt hier dann einfach OK. Jetzt hat er diese Bluebell Modelle als Modelset gespeichert oder hinzugeführt. Achtung, noch nicht gespeichert. Wir müssen jetzt unbedingt hier noch auf Save X-Plane klicken. Und dann ist dieses Modelset hier verfügbar. Ihr könnt wieder den Simulator starten. Und wir würden jetzt diese Modelset sehen im Simulator. Kann aber sein, dass es uns ja nicht genügt. Für diesen Fall haben wir noch dieses X-CSL. Ich habe das ja vorgängig heruntergeladen. Diesen X-CSL-Updater 1.3-win.zip. Dieses X-CSL könnt ihr irgendwo in euren Programmfiles entpacken. In meinem Fall ist es hier unter D. Games, Programs, X-CSL-Updater. Und hier befindet sich ein sogenannten X-CSL-Updater-Exe. Wenn wir das starten, dann haben wir die Möglichkeit hier direkt im X-Plane Ordner oder von irgendwelchen Clients die M-Files herunterladen zu lassen. Ich empfehle das euch nicht zu tun, weil wir brauchen diese Modelle noch zu konvertieren, damit sie in Swift funktionieren. Also hier auf Menü klicken, Set Custom Path und wählt jetzt ein Pfad, was nicht im Simulator ist. Also auch irgendein temporärer Ordner. Ich habe das bei mir unter D, Games, Programs. Und dann habe ich einfach einen Unterordner X-CSL-Master gemacht. Das ist ein leerer Ordner. Hier den Ordner auswählen und danach hier auf Index klicken. Ihr seht, er füllt dann euch die Liste mit allen verfügbaren Modellen. Und hier auf dem Status seht ihr, dass die noch nicht installiert sind. Ihr könnt jetzt diese einzeln installieren oder alle auswählen, indem ihr einfach Ctrl A macht und dann hier auf Update klickt. Dann wird das eine Weile dauern, weil es sind 3,5 GB an MTL-Modellen, die ihr da herunterlädt. Nachdem ihr alles heruntergeladen habt, steht hier auf Status Up to Date. Ihr könnt diesen X-CSL-Update dann jederzeit ausführen. Und je nachdem, ob es irgendwelche Updates gibt, müsst ihr dann entsprechend natürlich nur das entsprechende Flugzeug oder das entsprechende Modell aktualisieren. Dazu dann einfach das entsprechende Modell auswählen oder die verschiedenen Modelle auswählen und hier auf Update klicken und er lädt diese Modelle dann kurzzeitig neu herunter oder aktualisiert sie dann auch gleich. Wenn ihr das fertig heruntergeladen habt, wenn ihr diese X-CSL komplett habt, wechselt auf euren X-CSL Master. Hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite habe ich unser X-Plane Custom Leiter CSL Ordner mit den bereits befindlichen Bluebell CSL drin. Und jetzt kopiere ich diesen Master Ordner hier rüber, Achtung nicht verschieben, kopieren, sonst ladet ihr diese 3,5 GB jedes Mal neu herunter. Hier nach CSL kopieren. Und am besten hier einfach umbenennen. Wir haben jetzt X-CSL, hier den Master können wir zum Beispiel einfach wegmachen. Dann haben wir Bluebell und X-CSL. Jetzt wechseln wir wieder in den Data Mapping und das Mapping Tool. Gehen wir wieder auf Stored Own Models von X-Plane. Sagen hier Force Reload X-Plane. Jawohl. Und hier kommt eine Warnmeldung. Und zwar, dass diese X-CSLs nicht kompatibel sind und wir müssen diesen CSL to X-SB konvertieren. Es gibt zwei Wege, wie wir das machen können. Indem ihr einfach diese Meldung wegklickt und hier reinklickt im Mapping Tool Stored Own Models. Und ihr könnt unter Simulator den X-Plane Run CSL to X-SB on all Models ausführen. Aber Vorsicht, er wird euch dann auch die Bluebells umkonvertieren und die sind dann nicht mehr brauchbar. Daher gibt es einen kleinen Trick, den ich euch noch kurz zeige. macht folgendes. Im Installationsordner von Swift, das ist nämlich unter C, Programme, Swift 013 zum Beispiel. Hier von der Version gibt es diesen Unterordner Share. Und hier gibt es diesen CSL to X-SB. Das ist ein Python-Skript. Wenn ihr das aufmacht, befindet sich da drin ein CSL to X-SB-Exe-Ordner. Dieses Verzeichnis einfach mal in den Zwischenspeicher kopieren. Dann ruft ihr die erweiterten Systemeinstellungen an. Das ist dieses kleine Fenster im X-Plane. Das ist Windows 10 und Windows 11 genau das gleiche. Unter erweitert geht ihr auf Umgebungsvariablen. Geht danach auf Systemvariablen und sucht euren Pfad oder diesen Path aus. Den könnt ihr doppelklicken. Und hier bei mir ist es schon drin. Eine neue Zeile machen. Und hier einfach das, was ich gespeichert habe, hier eingeben. Also hier, das ist jetzt bei mir zweimal natürlich drin. Das ist natürlich falsch. Aber so muss es dann aussehen. Dieses Programm muss hier drin sein. Oder diesen Programm Pfad. Hier auf OK klicken, OK klicken und OK klicken. Und dann mechselt ihr wieder ins X-Plane 12 Verzeichnis. Custom Data, CSL und X-CSL. Also nur diesen Ordner möchtet ihr umkonvertieren. Nicht die Bluebells. X-CSL rein. Und hier in diesem Ordner macht ihr einfach einen Rechtsklick. Terminal öffnen. Und jetzt könnt ihr diesen CSL Befehl abgeben. So, das war CSL to X-S-B Befehl. Und Enter. Jetzt findet ihr nämlich diese Exe, weil es in eurem Pfadverzeichnis ist. Und eine Pfadvariable ist. Und jetzt könnt ihr sagen, hier auf Yes. Enter. Und er fängt euch hier diese X-CSL umzukonvertieren. In der Regel geht das zwischen 2 und 5 Minuten. Hier ist er fertig. Hit Enter to Finish. Einfach Enter klicken und dann oben rechts schliessen. Oder einfach Exit. Und dann sind diese X-CSLs umkonvertiert. Ihr öffnet das Mapping Tool erneut. Geht unter Stone Out Models nochmals. Rechtsklick. Entschuldigung. Force Reload. Sagt OK. Und jetzt haben wir bereits keine Fehlermeldung. Sonst nur noch Warnmeldungen. Können hier das wegklicken. Und hier oben seht ihr bereits ein Vielfaches an Modellen, die jetzt drin sind. Und diese Modelle müssen wir jetzt eben noch als Modelset definieren. Wechseln zum Active Modelset. Machen hier ein Clear Set. New Set. Und hier lassen wir alles drin. Sagen OK. Und jetzt hat er von diesen 8.119 hat er 8.070 darüber genommen. Wir sagen Save Explain. Wichtig immer hier Save Explain. Weil sonst hat er das Modelset nicht. Jetzt können wir auf Settings & Logins wechseln. Klicken hier auf den Distributor Preferences. All in Set. Und wir sehen jetzt bereits, hier habt ihr das IniBuilds, unser X-CSL, was wir konvertiert haben und unsere Bluebell. Wir möchten die Reihenfolge so haben, dass die X-CSLs als erstes genommen werden. Das ist unsere Präferenz. Wir schieben das einfach nach oben. Sagen hier Save. Wechseln wieder zu unserem Mapping Editor. Sind im Active Modelset. Machen ein Rechtsklick. Model Set und sagen hier mal Exclude Models. Und dann nochmals, Rechtsklick, Model Set, Remove Duplicates. Wir haben unseren Preferred Distributor, diesen X-CSL. Und wir können diesen Reduction Mode hier auswählen mit Exactly Same Livery & Aircraft. Und sagen hier einfach mal Run. Und er entfernt jetzt uns die Dupletten, die wir in diesem Model Set haben. Wir sagen OK. Das waren einige Dupletten. Jetzt haben wir nur noch 6.939. Auch hier wieder Save X-Plane. Und das war es eigentlich schon. Ihr müsst diese Schritte jedes Mal neu ausführen. Wenn ihr mit dem X-CSL Tool das Model Set bzw. die Modelle aktualisiert, müsst ihr diese Modelle wieder da rüber kopieren, neu einlesen und nochmals neu umkonvertieren. Wir können aber jetzt mal testen, ob das funktioniert. Und starten den Simulator. Nachdem der Simulator vollständig geladen hat, einfach die Swift GUI starten. Wichtig ist, dass jetzt mal keine Meldung erscheint, dass es keine Modelle gibt. Und hier einfach mal auf Connect klicken. Und jetzt müssten die Modelle langsam aufgebaut werden. Jawohl, das macht er auch. Wir haben jetzt hier unsere Flugzeuge mit den schönen Modellen. Wir schauen hier zum Beispiel, stimmt das? Hier die SWR, das ist eine Swiss. Auch das stimmt. Und hier gibt es eine Ryanair. Die stimmt auch. Sieht richtig gut aus. Jetzt sind eben diese kleinen Modelle. Hier haben wir sogar eine FedEx. Das mit der FTX. Genau, eine FedEx. Die Texel da quasi ein bisschen ins Grüne raus. Wir haben hier sogar einen Heli. Perfekt. Ja, und das war es dann eigentlich. Jetzt könnt ihr natürlich folgendes noch machen. Entweder über die GUI. Das ist der Vorteil, dass er die Model Validation bereits vornimmt. Falls er invalid Models hat, die den Simulator zum Absturz bringen würden, wird das hier bereinigt. Haben wir jetzt aber nicht. Und wir können hier über die Aircraft sehen wir, welche Spieler, sage ich es mal, oder welche Simulanten jetzt hier da unterwegs sind. Und wir können jetzt einfach hier mal einen auswählen. Rechtsklick, Follow on Simulator. Und jetzt folgen wir diesem Flugzeug. Ihr könnt mit der Space-Taste und Maus, könnt ihr da schwenken, oder Space-Taste gedrückt, und fein nach unten könnt ihr heranzoomen. Ihr könnt selbstverständlich diese, diese Nummernanzeige hier ausschalten. Hier über Plugins, Swiftbus, könnt ihr die Show, Hide, Aircraft Labels. Das könnt ihr auch in den Konfigurationen ganz ausschalten. Ihr könnt auch das Verfolgen hier rüber machen, über Swiftbus, Follow plane view. Hier können wir auch zum Beispiel die SAS hier nehmen. Hier haben wir die SAS. Ihr seht auch eine Boeing 737. Und die MTL sieht richtig nice aus. Ihr könnt selbstverständlich noch weitere MTLs da herunterladen. Und so konfigurieren, wie ich es euch gezeigt habe. Ihr müsst einfach jedes Mal über dieses Model-Set, die Model-Settings speichern. Und ja, das war es eigentlich schon. Der ganze Zauber um Swift. Für ein schönes Model-Mapping in Wazim. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder ein schönes Wochenende. Bis dann wieder. Ciao zusammen.